Ich bin jetzt hier live am Mannheimer Hauptbahnhof, live und in Farme, vor allen Dingen in Farme. Und ja, ich bin's, euer Lord, Superfowl, oder Fowl, Superfowl. Und das erste, beste, erstbeste, egal was andere erzählen, ist von mir rund ein Euro für einen guten Zweck, nicht wahr, mindestens, kann man's sehen, ja, hier, und ja. Ja, und ich mach hier jetzt ein bisschen Tumbling Relations, ne, und es kommen auch viele Sachen drin vor, und Bilder, und all solche Sachen, ja, und ihr könnt das kaufen. Mein Bösen A, und aber auch mein E-Pumli, und ganz normal im Buch, nicht wahr, ja, das ist jetzt für die Antiksprachler, ne, und ansonsten, Ein E-Pums, ne, muss man kaufen, voll verrenkt, all nach. Und, ähm, es ist ja so, ne, ich, E-Pums, ne, der Autor, und viele Sachen, ja, äh, äh, oh, was ist das? Ist es ein Vogel, ein Vogel oder ist es vielleicht ein Flugzeug, ein Flugzeug, nö, 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 es ist Lord Super Bowl, nicht so ein Fähn. Ihr könnt es genau lesen oder euch vorlesen lassen. Und ich werde jetzt noch ein wenig verteilen. Dankeschön, danke, tschüss.